Willkommen zurück zu The Last of Us. So, ich habe den ganzen Krach jetzt mal hier beendet. Fenster geschlossen wegen dem Regen. Wir haben ja hier im letzten Part am Ende die schönen Klicker hier vor der Nase gehabt. Kann ich mal bitte meinen Pfeil? Nein, ich habe die Pfeile verschossen. Kacke. So, jetzt gucke ich mich aber hier auch noch schön um. Nachdem ich die hier alle Tauschnotiz platt gemacht habe. Gestern habe ich Leute getroffen, die nicht sofort auf mich schießen wollten. Unglaublich, ich weiß. Wir haben Vorräte ausgetauscht und sind wieder unsere Wege gegangen. Sie hatten Kinder dabei und schienen sehr verängstigt. Fast hätte ich ihnen von diesem Ort erzählt. Aber was, wenn sie wie die anderen sind? Was wenn? Weißt du was? Es ist mir egal. Was bringt es zu überleben, wenn niemand mehr über deine schlechten Witze lacht? Morgen werde ich sie suchen. Vielleicht wollen sie mir hier Gesellschaft leisten. Und da du nicht mehr da bist, gehe ich mal davon aus, dass du einer entweder der Klicker warst oder dass sie dich gekillt haben. Kann ja nix erstellen. Okay. Gut. Dann hätten wir das hier oben schon mal alles eingesammelt. Gucken wir hier mal durch. Oh. Hier war mal wieder eine Schere. Ja. Was mache ich jetzt? Nahkampfwaffe? Oder? Ja gut. Wenn uns jetzt wieder hier mehr Klicker begegnen, sollte ich mal am besten hier ein Messer mir erstellen. Gut. Dann das Floß mal zu den anderen bringen. Damit die Kiddies auch übers Wasser kommen. Haben wir ja doch einiges gefunden. Na los Heli! Na helfe! Sehst du auf! Es wird Zeit, dass wir hier rauskommen. Ich muss mal gucken, wo du jetzt hier hoch kannst hier, oder? Wie nach, ob der Generator noch safter? Wir sind da! Das hört sich vertrauensabend an. Hey! Was ist mit mir? Ich glaube nicht, dass es geklappt hat. Sag's lieber nicht laut! Hallo? Oder will der mir jetzt hier hoch helfen? Ich glaube der hilft mir jetzt hier hoch. Gehen wir! Ich würde sagen, jetzt war beeindruckend. Wir sind schon Profis darin. Ja, total. Haben wir jetzt auch schon öfters gemacht, ne? Elli! Oh mein! Wow! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Eine Alarmanlage! Die hat wohl mal jemand gewohnt! Das scheint aber nicht mehr der Fall zu sein! Wo ist denn hier? Neue Waffe, Shorty. Cool. Okay, hier haben wir noch ein paar Pillen. Wenigstens finden wir hier jetzt einiges. Hallo? Gehen wir mal aus der Sonne. Kiddo. Ja, das ist voll. Mal gucken. Hm, erstellen kann ich jetzt eigentlich nichts mehr. Wie viele Pillen haben wir denn jetzt? 75. Haben... Lauschmodus-Distanz. Fertigungszeit, Heiltempo, schwankende Waffe. Das wär ja nicht schlecht, ne, Messermeister. Das wären aber halt genau 75 Pillen. Also eigentlich interessiert mich da jetzt am meisten wirklich nur der Lauschmodus und Test und der Messermeister. Ach, ich weiß nicht. Ich bin halt jetzt echt am überlegen. Das sind 75 Pillen. Das ist... Ich hätte dann gar nichts mehr. Erstmal, bis ich wieder neue finde. Ist ja was, ich mach die Lauschmodus-Distanz. Ich mach erst mal das. Das ist mir jetzt wichtiger. Wenn mich ein Klick erwischt, geh ich halt drauf, dann ist es halt so. Bis ich das verbessern kann. Aber ich mach erst mal jetzt den Lauschmodus. Hm, lecker. Was? Klicken. Ach, lecker. Ach, lecker. Boah. Es kommt noch mehr auf uns zu! Heyo! Heyo! Oh oh. Clicky! Tja, wir wissen wohl, was mit ihm passiert ist. Den Clicker nach zu urteilen, sind sie schon länger tot. Guck mal, der winkt. Der winkt. Och wie süß. Hallo, wie geht's dir? Ey! Oh, hat's halt aufgehört. Muss das du jetzt drüber laufen? Der wollte mir Hallo sagen, Mann. Idiot. Ah, Leiche. Munition. Leiche. Regenfängernotiz. Wenn du nicht willst, dass sie sie haben, lass es mich wissen und ich nehme sie ihn wieder weg. Mal sehen... Äh, wir sehen uns beim Abendessen heute Abend. Kleine Warnung am Rande. Kyle macht schon wieder seinen speziellen Hackbraten. Wieder von demselben Kerl. Okay. Jetzt muss ich nochmal gucken. Sieht alles ein bisschen scheiße aus mit der Munition. Gucken, gibt's hier noch was? Gucken, gibt's hier noch was? Raus geht's? Kann sein. Aber da kommt man nicht hoch. Vielleicht so. Fickler! Sim! Ja, alles okay. Sei ich, ich hab einen Sicherheits-Store ausgelöst oder so. Henry, kriegen wir das hoch? Also, das ist seltsam. Ja, ich weiß. Flicker! Was? Hey, das Ding bewegt sich nicht. Dann weg. Verschwinde! Sam, du bleibst bei ihm. Henry, wir müssen weg von hier! Pass auf ihn auf! Los! Ich hab' ja noch nie so sehr gefreut, auf dieser Seite zu sein. Aber... Okay, Kleiner. Wir müssen einen Weg hier rausfinden, ja? Aber ich wär' trotzdem lieber gerne mit Ellie zusammen. Okay. Als jetzt mit ihm hier. Guck mal, das jetzt vielleicht grausam klingt, aber... Oder was heißt grausam? Ich mein' ich pasche schon auf den Kleiner auf, aber... Bleib hinter mir. Wenn ich renne, rennst du. Ja. Na, ganz großes Kino. Bitte sag mir nicht, dass das ein Klicker ist. Doch. Woa! Oh, fuck. Oh, man. Oh, Gott! Oh, Gott! Goddammit! Oh! 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 Oh, Scheiße! Es war ein verzweifelter Versuch. Hätte ich mal lieber den Messermeister genommen, ne? Hätte ich das mal gemacht. Ah, Scheiße. Okay, wie machen wir das jetzt? Ich würde ja sagen, no risk, no fun, aber... Es sind so viele. Ich hab die Fresse. Okay. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wah! Wah! Oh Gott! Braucht er ewig, um nachzuladen, Alter! Nein! Ah, daneben geschossen. Fuck, ich wollte die Munition jetzt sparen. Fuck it. Ach, scheiße. Was zum Henker? Alter! Ah! Lad nach, lad nach, lad nach, Joel. Go, go, go. Ah! Okay. Ah! Ah! Okay. Okay. Puh. Puh. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Sechs! Puh. Alter, mir geht die Pumpe wieder, ey. Puh. Puh, 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 puh. Sieben? Oh Mann. Also hab ich's ja natürlich geweckt, ne? Scheiße. Ich will mich nicht mehr bewegen. Ich will, dass sie zu mir hierher kommen. Hierher, Mistviecher! Hierher, Mistviecher! Ja! 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 Bis zum nächsten Mal.